Ich werde euch von Herkules erzählen. Halb Mensch, halb Gott. Herkules, wir alle kennen deine Legende. Du bist der Sohn des Zolls. Gebt mir eine echte Herausforderung. Dein Name ist ein Schlachtruf. Ich will euch nur Ehemann und Vater sein. Willkommen daheim, Geliebter. Die Götter haben die Tore der Hölle geöffnet. Das sind die Nachkommen des Hades. Sie können nicht getötet werden von einem Sterblichen. Wenn du uns hilfst, wiegen wir dein Gewicht mit Gold auf. Hau rein. Wohin gehen wir? Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist nicht geeignet für ein Weib. Hast du das gesehen? Man sagt, du könntest in die Zukunft sehen. Hast du deinen eigenen Tod erblickt? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Bei dir bin ich mir nicht ganz so sicher. Gut zu wissen. Und wir sind mitten in eine Falle gelaufen. Deine Legende endet hier. Sollte ich mich fürchten. Steht nicht einfach rum. Tötet jemanden. Sorge für Ordnung auf der Erde. Wir werden für dich kämpfen. Und für dich sterben. Bist du nur eine Legende? Oder bist du auch der Mann hinter der Legende? Mach bloß kein Ärger. Wo gehst du hin? Ärger machen. Meine Zeit ist gekommen. Entschuldige, aber das war mein großer Moment. Gerne geschehen. Gern geschehen.